Jo, das war ja klar. Fuck. Fuck. Falschen Knopf gedrückt. Komm. Tschüss. Aber die explodieren auch selber nach der Zeit. Okay, weiter geht's. Jo, jo. Boom, boom, boom. Bam. Wie das weggeflogen ist. Na, ich glaub gleich kommt ne Cutsding. Wenn wir hier nämlich runter müssen. Ah. Und ich glaub... Ich nehm das Ding da mit. Ich glaub das können wir grad besser gebrochen. Mal, ich hab'n ungewöhnliches Gefühl, wenn wir jetzt hier gleich runter springen. Feuchern. Der Noss. Und jetzt. Oh! Boah, diese kleinen Drecksschicher, ne? Was ist das mit den Viechern, ja? Ich wusste doch, dass da irgendwas kommt. Glaubt mir ja keiner. Weil wenn du schon irgendwo runterspringen musst, wo du dann auch nicht mehr hochkommst. Das war so offensichtlich, dass da irgendwas passiert. Oh ja. Guck mal. 20. Das muss nur noch hohe Mengen sein. Aber ich glaube, das haben wir jetzt erstmal nicht. Gesundheit. Was geht denn runter? Widerstand. Boah, wie viel geht denn Widerstand runter? Ne, lass mal. Deswegen lebe ich nämlich auch noch, weil der Widerstand so höher ist. Sonst wird schlinks verreckt. Mit Sicherheit. Sterb. Sterb. Alles zerbomben, was nicht, was sich bewegt. Alles. Guck mal, wen wir da wieder haben. Und die hier. Okay. Ich glaube, das war's. Da kommt auch manchmal Geld raus. Das war ja irgendwie wieder klar. War ich nicht. Hab ich das gerade richtig gesehen, dass da irgendwo ein fettes Fee war? Oder sah das nur so aus? Ich weiß das nicht. Hallo. Ach, guck mal. Ach, ja. Sterb doch mal. Tschüss. Noch mehr? Wollt mich doch verarschen, ey. Tschüss. Tschüss. Komplett immer alles zerbomben. Hm. Nehmen wir erstmal das mit. Was haben wir da noch gefunden, jetzt? Aha. Ja, gut. Hauptwaffe geht runter, ne? Aber macht mir Schaden. Naja. Hä? Da oben, ne? Hallo. Mann, das fällt ja eigentlich ein. Natürlich. Pickvieh. Ich hasse diese Viecher, ey. Na, kommt ihr? Wenn du denkst, die sind erledigt und immer wieder welche hochkommen. Ich kann nicht. Ist ja gut, ich weiß. Ich nutze gerade auch kein Zorn. Oi, 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 oi. Wow. Hab ich doch richtig gesehen, ganz schnell eben. Guck mal. Mann. Ich sag ja, das Anwesen ist immer so. Ich wär weitergelaufen. War gut, dass ich mal gucke, momentan. Ja, komm, gehen wir nicht auf den Geist. Noch mehr. Diese Wellen sind so nervig. Ich mag das Spiel, ja, ne? warum so viele? Viel zu viele Wellen auf einmal. Stufaufstieg. Na gut. Das ist das Gute da dran. Bei so vielen Wellen. Äh, ja. Was war eigentlich das? Mhm. Äh, büpp, 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 büpp. Mhm. Machen wir das nochmal stärker. Hallo. Du bist da hinten? Tschüss. Hier ist gar nichts, okay. Sag ja, wenn du ständig irgendwo Geräusche hörst. Also dieses Zorn. Ich dachte, ich bin hier drin und dann geht das wieder los. Was haben wir denn da? Nee. Nee, nee. Natürlich. Na gut, bleibt der Große. War's das? Hm. Hab mehr erwartet. Ja. Natürlich. Autsch. Meins. Und wenn hier schon eine Waffe liegt, ne? Kannst du sicher sein, dass da noch mehr Gegner auftauchen. Das hab ich jetzt so schon gescheckt. Tschüss. Natürlich der Große. Nein, nein, nein. Reiner, reiner, reiner. Tschüss. Ganz schnell rein da. So. Sechs von zehn haben wir jetzt. Okidoki. Ey. Es fällt dir ein. Hat er da was verloren eigentlich noch, was ordentlich ist? Natürlich nicht. Riesensvieh verliert natürlich gar nichts. Wie mache ich jetzt hier ein Auto kaputt? Oh, wie die auch bloß einfach fliegen. Oh, schon explodiert. Sehr schön. Verschwindet. Dachtet ihr eben, ich hab euch nicht gesehen oder was? Tschüss. Bin lieber fliegen, ey. Hallo. Noch mehr. Sprechern. Hey, du da. Ach, ihr zwei. Ja. Ich sag ja, die, die Wänen sind echt nervig. Na, guck mal. Komm, wieder was zum Heilen. Mann. Natürlich. Die nächste Welle. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Mann. Ja, da kommen wir gleich hin, oder? Ich dachte, ich krieg das so. Nö? Fehlanzeige. Wetten, wenn ich da reingehe, kommt wieder die nächste Welle? Was sag ich? Oh man, diese Wellen sind so zum Kotzen. Hab ich das schon mal gesagt? Glaub nicht. Oh ja, das ist ja gut. Oh ja, das ist ja gut. Und ich verliere hier nichts. Und dann, wenn ich wieder mehr Heilung brauche, taucht nicht so viel auf. Tschüss. Ehrlich? Nö, ich renge gegen die Wand. Oder gegen das Tor. Ich kann nicht. Unmöglich. Nächster durch. Wetten. Gleich kommt noch ein Angriff. Na? Verschwindel. Tschüss. Hoi, Daibel. Ist das ätzend. Und wo bleibt die nächste? Natürlich noch er. Well. Ist der jetzt echt da oben drauf? Ja. Klar war er mit einmal da oben drauf. Weil er ja unbedingt springen musste. Der Eierkopf. Da ist der nächste. Das Auge von Arafel. Das Auge von Arafel war einst Teil des Stabs von Arafel. Und streit eine unheimliche Macht ab, die den Träger Visionen der Zukunft wahrnehmen lässt. Oh ja. Oh ja. Das, das, das erstarb. Stein des Widerstands. Verzauberter Stein, der als Schutzgeschäß von Transportieren magischer Essenzen verwendet werden kann. Bring drei beliebige Verzauberter Steine zu schwarzen Wurz, um eine besondere Belohnung zu bekommen. Okay. Aha. Ich hoffe, ich habe noch keinen weiteren Übersehen gehabt. Na, gleich nochmal. Welle. Na. Welle. Wo bleibt die Welle? Na, wo bleibt die Welle? Hä? Wo bleibt die Welle? Keine? Ehrlich? Hm. Jetzt bin ich aber traurig. War ich noch eine Welle erwartet? Nein, Spaß. Ups. Hallo. Mann. So. Hi. Hi. Ich würde nicht erfreut sein, wenn ich den Stab von Arafel wiederherstelle. Deine Krieger könnten den Preis dafür bezahlen. Die Weiße Stadt ist für uns verloren. Diese Welt wird schon bald unser Grab sein. Und doch müssen wir gegen die Finsternis ankämpfen, um das Licht zu bewahren. Wenn deine Taten unser Ende beschleunigen, dann soll es so sein. Mögest du leben, um zu sehen, wie der Zerstörer seinen letzten Atemzug tut. Uriel von der Höllenwache. Viel Glück, Reiter. Das letzte Teil ist in deiner Reichweite. Zusammen! Ja, dann lass mich durch. Mama, ist hier noch irgendwas? Konzentrier dein Feuer! Da. Okay. Speichern. Da hinten haben wir natürlich noch was. Ja, ja. Lieber mal zweimal gucken. Noch drei Teile. Ne, zwei sogar nur noch. Sehr schön. Bam, 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 bam. Bam, bam. Na? Wann kommt die nächste Welle? Ich freu mich ja schon tierisch drauf. Hm. Oh ja. Und da kommt sie. Vor allem, wenn die Scheiße um die Ecke kommt. Sterbt. Mann. Natürlich. Immer schön um die Ecke. Hallo. Hallo. Die Wellen sind so nervig. Uiuiuiui. Ein bisschen nervig. Guck mal, noch eine. Tschüss. 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 Komm. Stirb. Sorry, aber die Men sind wirklich ätzend. Ich kann nicht. Sorry, ich kann's so wohl. Ist hier was? No. Ist hier irgendwo was? Äh. Schau mir mal. Ne. Das war eine U-Bahn früher, ne? Ja. Na? Noch eine Welle. Beim Hochgehen. Ne? Komm schon. Ja. Sterb. So köstlich, diese Wellen. Sarkastisch köstlich. Hm. Ja, ja. Man merkt meine Freude, oder? Was ist das da oben? Gar nichts. Ich Edge. Wog. So. Ich bin bist. Ich bin.